welcher verträgt den ersten teil von leos 100k closet tour reinsliden leo negative trade glaube viele von ihnen kennen ihn hat ein neues video rausgehauen leo ist einer derjenigen in deutschland der die verrückteste kleidersammlung am start hat weil man muss auch wirklich forschen also leo fährt sehr stark einen film und hat da halt crazy pieces am start ich glaube ich würde sagen so er hat auch deutlich mehr klamotten als ich will mich hier gar nicht vergleichen oder so aber mein kleiderschrank ist glaube ich vielseitiger aufgestellt trotzdem wird man alles in eine bubble reinpacken immer noch nicht so krass wie sein definitiv nein aber er hat halt sehr so in eine zielrichtung kommt es mir zumindest ist vor also ein kleiderschrank aufgebaut und deswegen ist es natürlich entweder ein hit oder miss entweder man fühlt seinen style oder halt nicht aber wenn man ihn fühlt fühlt man hier halt sehr krass weil er unglaublich starke pieces hat ich würde vorschlagen ohne jetzt hier groß rum zu singen schauen wir uns mal hier der ersten teil kommen wir zum ersten piece das ist dieser balenciaga lederhoudie ja zu diesem lederhoudie brauche ich nichts mehr zu sagen ich glaube dass wir diesen lederhoudie lieben wir ihn haben wollten und ich bereue loki dass ich ihn nicht gekauft habe weil irgendwann ich glaube es war sogar auf use war dafür immer noch viel geld im sale aber er war immerhin im sale aber das ding ist wirklich feierabend ich hatte das ding in paris an galerie lafayette im balenciaga store bild ist auch mal die hatte ich den an der war so toll wie psychopaten piece ich geisterkrank echt echt super oft an hatte also der hat sich definitiv kost per wear irgendwo auch ausgezahlt für den stolzen preis ich habe jetzt keine besondere story ich glaube der kostet 5 5.000 euro und 5 4 5 irgendwie sowas ich glaube den habe ich irgendwo mal im sale 2 4 oder so gesehen immer noch geisteskrank für geld aber immerhin mäßig geld gespart ihr kennt doch diese ja nackste logik aber wirklich für mich zehn von zehn piece geisteskrank also würde ich auch so gerne besitzen perfekt im winter gefüttert und banger piece das ist somit die perfekte winterjacke wir haben hier die by project oversize padded shirling denim er ist auch so ein typ erkennt von jeden piece den namen oder so so business ich sag euch ehrlich bloß ich bin wirklich schlecht mit namen deswegen hält sich den ganzen winter eigentlich warm und ja finde ich cool aber ist eine coole jacke doch krassen emotionalen wert weil ich meine freundin bekommen habe deswegen liebe ich die jacke auch und zucker kommen wir zur nächsten jacke wir haben ja eine per göttesen jacke die habe ich damals direkt bei per geordert hatte ich tatsächlich kein einziges mal an so war ja ist auch schwierig doch nicht so meins bisschen zu fairy dann habe ich sie zu meinem broset gegeben krasse jacke so aber das halt auch wieder der punkt aus halt auch schon sachen die du irgendwie im alltag rocken kannst klar wenn du dann eine gewisse sammlung hast dann kannst du dich auch mal so austoben zum beispiel meine rückte weste die ziehe ich auch nicht jeden tag an aber wenn du die pulse oder pulse sie halt bewusst aber in der regel kommt halt auch so auf diese alltagstauglichkeit an damit du deine cost per wear halt irgendwie rausholst deswegen ich würde wenn ich vielleicht am anfang bin erstmal wiege ich mich so auf die basics da auf ich meine so mehr so alltagstaugliche sachen rein fokussieren plus eine grenze wird auch immer mehr raus gepusht also wenn ich jetzt sage mein alltags fit das wäre vor fünf jahren wahrscheinlich noch das war für mich so voll crazy gewesen garmens in keiner gekauft und wir haben jetzt zurückgegeben also falls jemand will video aber ja ich dachte ich zeig dir auch mal kurz das hier ist der scarf parker und kiko den habe ich tatsächlich von joks geholt der war heute den ganzen tag darüber geredet da einfach mal random da ist ja eine älteres sieben da habe ich zugeschnappt checkt immer joks da gibt manchmal krasse deals hatte den tatsächlich auch noch nicht wirklich an aber jetzt mir auf jeden fall vorgenommen ja ist doch nicht ist doch nicht meins fashion hot take an der an der stelle und ich muss das jetzt leider hier an der stelle so sagen auch wenn ich überspitze das jetzt ganze mal ein bisschen aber kiko für mich ein bisschen overrated so klar er hat schon geisteskranke sachen und ich weiß so das ist so wie viele so dass man plus ultra und die beiden da vollkommen rein ja er hat wirklich auch kiko pieces aber es gibt auch viel wo ich mir denke so brauche ich kann da nichts mit anfangen und das ist so einer dieser das ist der schöne nolan parker von kiko den habt ihr wahrscheinlich auch schon in einem unserer videos live gesehen den habe ich tatsächlich sogar zweimal story dazu ich habe den so lange gesucht der ist nie auf den markt gekommen dann habe ich einfach meine falsche size gekauft und der ist halt viel zu groß deswegen gebe ich den in der 50 ab habe dann 46 auch von guten preis gefunden supernices piece eins der besonders und eins der unik der ist schon wieder so die jacke schnitte so also das pattern making ist crazy und wenn wir von jacken sprechen die ich schon öfters besessen habe ist hier die nächste jacke ist die rock auch kiko die hatte ich tatsächlich auch über jungs noch zweimal gekauft obwohl ich es schon einmal hatte dann an einen bro verkauft die andere auch verkauft auch was was ich jetzt nicht auch so eine jacke ich will die nicht anziehen das ist wahrscheinlich nicht meine stilistik oder wie wir stehen was auch immer aber wo ich mir sowas so rein dicke bin ich zum beispiel ccp viel krasser kommen wir zu einem sehr underrated designer wir haben hier die maximilian davis jacket die habe ich von meinem bro den hippie zynist gekauft also schau doch an der ja ich finde die als super unique vom fabric ganz viele wii wii zippe also sehr hochwertig krass und red carpet piece für so einen jungen designer echt in zählen und der du ist ja mittlerweile bei ferragamo so rasiert da eigentlich auch ich finde allein durch das fabric ist die jacke schon krass so eine simple workwear jacket und dann einfach simpel schnitt aber das fabric macht halt den unterschied und sehr cooles piec so dann zum nächsten underrated designer wir haben hier super nice cosabu jack ist so geistig gestört auch das fabric ist insane wir haben so eine leinenmischung mit einer richtigen ich mal bei einem kollegen gesehen mit dem fast abgekauft die nice textur leider hatte ich die auch nicht so oft an wie ich es mir erhofft habe deswegen sie ist for sale wer die will schreibt mir einfach nein wir kaufen sie nicht so weiter mit den hosen starten mit der unbeliebtesten hose the most hated die balanciaga bodycon die zyra hose werdet ihr heute noch ein zweites mal sehen das ist die akne denne ich hatte die gerade noch vorher an deswegen auch noch offen mein geldbeutel noch drin da sieht man schon das ist so die everyday hose ich würde schon so oft auf die angesprochene ja aber die hat eine coole waschung die ist so einfach zu polen und du hast trotzdem eine coole hose an auf instagram schon was ist das für eine denne akne die ist von 2021 da habe ich sie im store gekauft die hat halt diesen perfekten flare cut die gibt es so nicht mehr es gibt ähnliche hosen bei akne und wenn ihr eine akne denim braucht kauft ihr am besten im sale akne macht geisteskranke denims und der wasch crazy das ist die erste kiko hose die ich euch heute zeige eine meiner ältesten das ist die klee iconic hose sag ich mal von kiko doch viele kennen die fabric krass die war auch wegweisend viele so insta brands so kiko ein bisschen kopien hatte ich bei vielen stylings früher an ist mittlerweile leider ein bisschen groß geworden bin bisschen schlanker geworden war damals schon ein bisschen groß in der welt getragen und ja wenn jemand von euch bock auf die hat ich wäre bereit schweren herzens sie abzugeben der nicht einfach ist eine size 50 so das ist jetzt die erste beliebte sag ich mal balenciago die wir zeigen beliebte auch geistkranke hose wir haben hier die flert cargo ist einfach eine flert cargo in schwarz die aber details der vollwinter 23 wie schon in einem lpu gesagt das ist ein geisteskranker schnitt ich liebe die hose ripstop rich ticket hatte die jetzt auch an in florenz und in mailand beim styling einziges manko bei der hose ist tatsächlich nur der preis also der retailpreis ist absurd für so eine hose aber man kriegt auf jeden fall schon was für sein geld man zahlt halt viel fürs design für den cut und dafür ist ja balenciaga dafür perfekte every day dann kommen wir zu der perfekten everyday lederhose das ist zum beispiel so ein kiko piece wie ich mich drin sehen ich sage so ja okay aber auch noch ria ventilation leather pants ich trage die super gern was ich bei der wirklich auch perfekt von wie bei der balenciaga ist der schnipp und die länge super für eine lederhose steiflich am boden du hast dieses leicht flerte alles nice detail hier ja ich habe die auf jeden fall auf einen sehr guten preis geschossen ja aber kiko echt leder will ich gar nicht wissen was sie kostet retail power and essence immer stil hand sein weil die preise mittlerweile auch von retail sehr sehr hoch sind zur nächsten kiko hose die auch krasse memories für mich hat da haben wir einen crazy fit pick damals geschossen ich nenne den fit immer noch den piraten fit den hat auch kiko damals gepostet wir haben hier die lens trouser auch krasse hose die ist mittlerweile so mal auch eine verrückte länge nicht so dieses stackende vibe sondern mal so ein bisschen auf drei viertelhose angelehnt kann man cool so wie er es getragen hat mit mit so mules oder sandalen anziehen kannst aber auch easy cool mit vielleicht boots anziehen das ding war geworden ist halt auch eine ältere season von kiko fabric insane also es knittert eigentlich gar nicht dieser flap super nice und die länge ist super unique ich glaube so eine hose hat kiko kiko pieces sind auch so pieces die kannst du schlecht über so videos und so verstehen zum beispiel waren mal irgendwo war das in münchen auch in so einem store und du siehst die kopie ist über das internet blablabla und waren da sogar im sale kiko pieces und dann zieht man die so an und dann verstehst du die erst so wie wie der stoff ist wie die sachen angezogen fallen das ist nicht so eine brand wo du sagst du siehst das irgendwie auf dem shop bild oder so und denkst du so krass sondern das wirklich so dieses fühlen haptik schnitte wertigkeit spielt da voll die rolle weitere piratenhose hier wieder kiko das ist die torino shorts mit diesen sag ich mal crazy offenen saum gibt mir auf jeden fall krasse jack sparrow weib kann man immer gut im sommer rocken mit hohen boots einfach ein rig longsleeve ready to go und ist ja im sommer eh so schwierig sag ich mal mit einem uniken look zu erzielen und da finde ich die mega nice fabric auch sehr ölig ja kurze hosen sind immer schwierig die kommt schon gut von der seite eine weitere kiko shorts wir haben hier die oh der typ hat kiko auseinandergenommen bro wird heute auch noch öfters vollkommen in navy aus super nice fabric und mit große mischung wir haben hier die kordeln diesen dreiviertel schnitt finde ich perfekt eigentlich so zu boot und die hatte ich auch in anwerten an damals bei dem pop up von den jungs 65 garments waren gar mit et cetera waren eine geile zeit in anwerpen und erinnert mich da immer dran und deswegen wäre sehr stabiles zur einzigen rick owens hose hier krass eigentlich dass ich nur noch eine habe wir haben hier die gef in leder und das ist für mich auch ein perfekter schnitt die gef glaube ich mittlerweile super popular in der fashionszene die ledervariante sieht man tatsächlich selten ich weiß patrick hat die auch sonst keine ahnung wer die jetzt noch hat das einzige manko bei welcher patrick die länge die ist halt ultra lang geschnitten finde da muss man immer die passenden boots tragen dass man jetzt nicht durch die ganze stadt schleift so dann kommen wir zu meinen favorite basics das sind rick owen zu diesen rick oberteilen habe ich ja schon tausendmal was gesagt ich bin viel zu klein für den quatsch und so fett gerade diese lang geschnittenen rick sachen so ist halt bei leuten die jetzt nicht die größte sind schnell sehr schwierig ich sag nicht dass man das nicht rocken kann oder nicht rocken soll oder was auch immer aber es ist halt deutlich schwerer und deos schon ein großer bursche kann sowas tragen und da fall ist auch voll bei mir so damit mache ich mich noch kleiner als ich sowieso schon anliegend am körper was ich sehr mag und hält sich perfekt für den winter ich habe es auch echt viel gerockt es hat schon ein kleines loch und alles ich liebe die ich mag auch die länge ich glaube viele mögen die länge nicht aber passt mir perfekt und ja so ein everyday piece dann eins meiner classics also ich sag jetzt schon so favorite piece von basics wir haben hier einen rick owens longstreet ich zeige euch jetzt nicht alle ich habe glaube ich insgesamt acht stück von denen gekommen ich hab acht auch immer schön im sale ich lieb den stoff ich mag eigentlich alles an den trage die echt everyday so neben den t-shirts von java guck mal nochmal die leo ist geisteskrank leo ist geisteskrank der er macht das mit kopf er macht das wirklich mit kopf ein weiteres basic piece von rick wir haben hier die rick owens auch geil würde ich auch so gern mal rocken bro aber auch zu lang für mich hangtops die sind auch aus dieser forever line von rick also die kommen jedes diesen raus genauso wie longsleeves wenn ich jetzt entscheiden müsste was ich empfehlen würde für die leute noch kein piece von rick haben kauft euch auf jeden fall erstmal die longsleeves weil könnte ich jeden tag tragen ich finde ist schon spezifischer aber kann halt auch cool kommen unter einer jacke oder so oder mal im sommer ist auf jeden fall auch ein sehr cooles piece dann das erste sag ich mal designer piece was kein basic ist wir haben ein wunderschönes vetmore longsleeve mit einem hood ist eigentlich wie ein ganz ganz ne finde ich nicht so ein hoodie ist von meiner freundin ich share den mit ihr und hat den jetzt auch in mailand an super nice piece du hast hier auf der die sachen die waren endlevel nice weil der also super dünn ist und hier haben wir jetzt das passende gegenstück zu der body da haben wir jetzt glaube ich das lpu auch zu angeguckt auch dieses piece aber auch hier wieder würde ich nicht tragen sie da aus wie so ein kleiner so kleine bulldogge ich meine es kann halt mehr so große schlanke burschen tragen und nicht kleinere breitere hose also von den schultern breit meine ich jetzt nicht ich rede nicht von fett sondern wirklich auch die so bisschen kantiger sind wir haben hier den bodycon sweater mit diesen rounded shoulder pads super nice piece hatte ich auch echt noch nicht viel an vielleicht auch grund weil ich den ende oktober glaube ich gekoppt habe und da wurde es einfach viel zu kalt also ich habe es versucht mit dem raus zu gehen ist keine empfehlung an der stelle aber jetzt wenn die wärmeren tage kommen will ich es auf jeden fall auch im full look mit dem biker boots rocken und ja wie schon gesagt der full look ist einfach krass und deswegen ist es so der kaufgrund gewesen und freue mich darauf das zu rocken so jetzt kommen wir zu einem special piece das habt ihr auch schon im fiu gesehen das ist der double sleeve knit von balenciaga ab 20 habe ja auch schon viel darüber gesprochen hatte den echt viel in paris an habe da die memories so fashion reads das sind so pieces so bro wenn du die polst du kriegst halt eine eule nach dem anderen also wirklich breaking necks supernices piece sehr versatile in styling kannst du so tragen kannst du auch unter einer jacke tragen ist wie gesagt kein scarf sehr viele möglichkeiten das zu stylen deswegen sehr geil kommen wir zur nächsten kategorie nämlich den accessories zum ersten dass wir haben den oversize belt von der matz diesen von balenci den hatte auch cardian insanes piece gerade so ein outfit noch einfach so ein gewicht heber gürtel ich habe meinen irgendwo auch noch irgendwo rumfliegen mal den gewissen touch zu geben für styling ja es ist ein cooles also auch wieder nix für den alltag aber so wenn du wenn du den fit dafür hast kommt der schon krass auch wenn sich das komplett dumm anhört ja ich hatte den auch in wien an das ein oder das andere mal auch von der hose runtergerutscht eins meiner favorite pieces von balenciaga okay next up ein weiteres gray piece wir haben hier ja die ist auch zynische part habe ich schon sehr oft auch bei ihm gesehen stack beanie von rick aus kaschmir mit den gold fur absolut das piece so bevor ich es noch vergesst was ich noch trage die weiter watch habt ihr im lpu schon gesehen kommen wir zu den schuhen jetzt auch ganz schnell durch weil wir schon mal ein schuh collection video gemacht haben zumindest boots dann fange ich mit meinen daily beater an das sind die kiko essex die gel corica in diesem silbernen colorway super clean einfach fühlt immer genauso den hier den ich jetzt länger nicht mehr anhatte das ist der prada spazzolato derby super cleaner derby everyday derby super geiles ding schon den habe ich mies gebietet also heel drag ist real der fällt schon so ein bisschen auseinander umso besser so das ganze dinge noch mal ein bisschen charakter rein aber ja auch ein schuh den ich eine zeit lang sehr sehr gefühlt habe und viele erinnerungen habt ja und dann ein weiterer die rickstocks legend also diesen birkenstocks tue ich mich ja immer noch schwer ist einfach nicht so meins so egal ob sie verrückt sind oder normal ich meinst du zu hause so ist zu hause okay kann machen also dieses wirklich darauf ernst damit rumlaufen ich will auch nicht sagen dass ich niemals anziehen würde ich würde nicht sagen dass ich niemals anziehen würde aber ich weiß wenn ich die hätte wie ich die nicht oft anziehen deswegen auch crazy im wert gestiegen perfekt von sommer deswegen hat sie auch länger nicht mehr an dann haben wir die neuerung geschafft das sind geist und bunny boots die solis bunny boots wollte schon immer haben ich finde die fast genauso krass wie die revs doch die revs haben noch mal so einen emotionaleren wert aber crazy schuhe auch halt werden auch bunny boots fürs adr shooting und die sind so verrückt ihr wisst ja ich liebe schuhe dann haben wir passendes pendor noch die auch gerade noch darüber geredet absolut krasser schuh auch den hatten wir fürs adr shooting wild wild endlevel alaska boots von balenciaga für mich für mich war das ja bei den siaga schi schuhe er weiß aber ja das ist der alaska boot einigen ja auch so ein bisschen in diesen bunny boot war mega nasser schuh habe ich aber eigentlich vor zu sellen wer will dann habe ich hier noch meine tonken boots auch mega cleaner everyday ich gar nicht ein bisschen schwerer rein zu geben wir richtig revs simmons velcro sneaker vibes auch eine schuhe brauche ich mir damals gezogen hatte den gab es zwei dreimal an nie wieder angezogen ich bin überhaupt noch habe bro aber irgendwann ohne witz irgendwann polis die und er kommt krass ich hole den jetzt sogar wer von euch kennt den revs simmons velcro boots sneaker keine ahnung ich glaube viele bei euch kennen die noch nicht mal ich habe mir den damals antwerpen sample sale ich will nicht lügen die duni oder so gekauft ehrlich stil stil season aber das ding ist auch ich gucke mal kurz was sie für was sie auf grade gehen 200 300 ja okay schade ich dachte ich sitze hier auf die geld mittlerweile aber es guckt euch meinen an ja kleiner als einer seiner 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 ist bank ja aber so vom weiter mit dieses schneid das ist der revs simmons velcro boot und fitz der sogar eigentlich was der gibt der gibt halt schon so ein bisschen balenciaga arena weiß bin ich ehrlich so der ist der balenciaga arena high top in ula schwierige nummer schwierige nummer ich werde den morgen mal anziehen ohne witz ja gut zweiter teil kommt am sonntag kommen wir uns gucken wir uns natürlich auch an liebe grüße geht raus an leo bester man bis zum nächsten mal